Hallo LMMS-Freunde, da bin ich wieder mit meinem nächsten Tutorial und dieses Mal geht es um diesen Vogel hier, den Syn-AdSubFX. Was ist der Syn? Er ist ein mit Linux Multimedia Studio zusammengelieferter Software-Synthesizer mit einer grauenhaften Oberfläche, aber mit sehr guten Möglichkeiten eigene Sounds zu erstellen. Parallel dazu kann man ihn auch als VST herunterladen, auch kostenfrei. Ich habe beides installiert, aber wir nutzen heute das LMMS-eigene Plugin. Einmal draufgeklickt und ihr seht selber, es öffnet sich hier unser kleiner Container, in dem das Instrument angezeigt wird. Als erstes fallen uns hier diverse kleine Drehregler auf. Ihr seht selber Portamento, dann haben wir hier Filterfrequenz, wir haben Filterresonanz und so ein paar Sachen, die wir verändern könnten. Denn, Vorteil, wenn wir hier was verändern, ist, wir können einen dieser Knöpfe wieder in einen Automations-Track hineinziehen. Und dort, während der Song abläuft, könnte sich halt dieser Parameter dynamisch verändern. Wir wissen, das funktioniert mit allem, was sich hier in so einem Container befindet. Wir wissen aber auch, es funktioniert leider noch nicht mit allen Knöpfen, die wir so in VSTs zur Verfügung hätten. Eigentlich schade, aber ich denke, irgendwann wird das auch funktionieren. Gut. Einmal auf den Breiten geklickt, GUI anzeigen und wir sind... Hier. Da ist sie. Als erstes möchte ich euch zeigen, dass wir hier oben unter MISC das User Interface hin und her schalten können. Jetzt sind wir im Anfängermodus. Es kann nämlich sein, dass das Synthesizer bei euch so aussieht. Einmal hier, klickt hier to load an Instrument, was ausgewählt. Und ein Instrument ausgewählt, eine Bank ausgewählt vorher. Und ihr hättet das Instrument geladen und könntet spielen. Wir möchten natürlich jetzt etwas selber erstellen. Das heißt, wir gehen jetzt wieder dabei, sagen Switch User Interface und sind auf dem Advanced Mode. Und ja, um da ranzukommen, wo wir hinwollen, müssen wir jetzt ein paar Mal klicken. Aber auf dem Weg dahin erkläre ich euch noch mal einiges. Edit Instrument. Da als erstes draufklicken und wir befinden uns hier im kleinen Fenster, wo wir auswählen können, was wir denn editieren möchten. Einmal den Synthesizer selber, den Sub-Synthesizer für tiefe bassige Klänge und den Pad-Synthesizer für Pad-Sounds. Daneben hätten wir natürlich noch die Möglichkeit, Kit-Edit und Skits zusammenzustellen oder auf die Effekt-Sektion zuzugreifen. Ich kann euch abraten, hier von den Effekten abzusehen, weil man kann die an anderer Stelle noch einfügen. Und wenn ihr hier nachher mal einen Effekt einfügen solltet, wundert ihr euch manchmal, wo kommt der Effekt her. Und ihr findet den nicht mehr. Also lieber Effekte an einer Stelle, dann könnt ihr sie auch noch mal wieder verändern oder rausnehmen. Gut. Und dann wieder auf Edit klicken. Noch wieder ein Fenster. In diesem Fenster sehen wir die ganzen globalen Parameter des Instrumentes. Das heißt, hier linke Seite die Amplitudensektion, wo wir das Envelope oder noch mal ein LFO wirken lassen könnten. Dann die Filter-Sektion hier ebenfalls mit verschiedenen Filtertypen und einem Envelope und einem LFO. Und im unteren Bereich die Frequenz-Sektion, wo wir unter anderem auch eine Oktave rauf- oder runterschalten könnten. Um an den eigentlichen Oszillator zu kommen, müssen wir noch mal klicken. Show Voice Parameters. So. Show Voice Parameters. Jetzt sind wir endlich bei den Stimmen angelangt. Hier unten besteht die Möglichkeit, zwischen den verschiedenen Stimmen hin und her zu schalten. Ihr seht selber, alle deaktiviert. Acht sind machbar. Insgesamt. Ich klicke aber wieder zurück. Auf meine erste. Und hier in diesem Fensterchen erkennen wir jetzt auch genau, welche Wellenform dieser Stimme zugrunde liegt. Ich drücke mal auf meinen Nano-Key. Und wir hören ein ganz interessantes Brummen. Sehr aufregend. Muss dringend was dran geändert werden. Um an diesen Oszillator selber ranzukommen, müssen wir noch ein einziges Mal klicken. Change. Jetzt sind wir endlich da angelangt, wo wir hinwollen. Beim Oszillator. Der unterteilt sich in zwei Hälften. Linke Seite ist der veränderte Oszillator. Rechte Seite, der Basis-Oszillator, der zugrunde liegt. Rechts fangen wir also an. Wir suchen uns eine passende Basis aus. Hier seht ihr verschiedene Wellenformen, die zur Verfügung stehen. Unter anderem auch die Powerwelle. Wird sehr häufig gebraucht. Oder die Saw natürlich, wenn ihr eine Super Saw bauen wollt. Oder ihr nehmt einfach mal die Diode. Die nehmen wir jetzt mal. Ihr seht, bei der Bar einmal hier ausgewählt. In beiden Fenstern ändert es sich. Dazu konzentrieren wir uns mal aufs linke Fenster. Im linken Fenster habt ihr die Möglichkeit, hier über diese ganzen Schieberegler auf die unterschiedlichsten Bereiche dieser Welle zuzugreifen. Das heißt, ihr dreht einen Schieberegler und ihr seht selber, die Welle verändert sich. Das ist ein absoluter Hammer. Genauso könnt ihr auch noch sagen, hier, ich möchte ein Wave-Shaping nutzen und könnt verschiedene Wave-Shapings auswählen. Und ihr hört, jedes Mal ändert sich der Ton. Und zwar komplett. Gut, nehmen wir mal. Die klingt ein bisschen knatschig. Da haben wir noch was von. So. Und jetzt spreche ich einfach mal ein bisschen was. Und versuche mal einen netten Tun zu basteln. Soll uns erstmal reichen. Wunderbar. Um das vom linken Fenster jetzt ins rechte Fenster reinzukriegen, also quasi als Basis nutzen, brauchen wir nur auf Use as Bass klicken. So. Nun haben wir es rechts. Und wir hätten jetzt noch mal die Möglichkeit, hier das Shaping ein wenig zu verändern. So lassen wir es doch einfach mal. Close. Wunderbar. Jetzt gehen wir mal eine Stimme weiter. Aktivieren die. Wir hätten natürlich jetzt hier die Möglichkeit, selber wieder eine eigene Welle reinzubauen, aber das wollen wir jetzt nicht. Wir möchten jetzt einfach die aus der ersten nutzen, um das Instrument halt kräftiger zu machen. Gehe ich auf External 1. Nochmal. Auf den dritten. External 1. Und jetzt habe ich im Grunde genommen hier an der Welle, seht ihr es selber, jedes Mal meine erstgezeichnete zugrunde gelegt. Wir machen das wieder zu. Dann haben wir von hier aus die Möglichkeit, über Show Voice List an unsere drei Stimmen noch mal ranzukommen. Hier seht ihr sie. Wir könnten sie noch mal aktivieren, deaktivieren. Aber das wollen wir jetzt gar nicht. Ich möchte jetzt einfach nur das Penning etwas verändern. Und ich spiele es jetzt noch mal ab. ein bisschen zu detunen. Jetzt hört ihr plötzlich, was daraus geworden ist. Das war's. Hide Voice List. Wenn wir denn möchten, könnten wir hier über Resonanz noch eine Resonanz reinmalen. Wirken lassen. Oder über die Random-Funktion gehört unendliche Möglichkeiten, sich auf diese Art und Weise Sounds zu erstellen. Ich disable es wieder, mach mal Close und hier auch mal Close. Jetzt sind wir wieder da angelangt. Ich möchte noch meinen Subsynth mit aktivieren, damit noch ein kleines bisschen mehr Bass reinkommt. Schieb hier ein bisschen was hoch. Fertig. Close. So klingt es jetzt. Schon gar nicht so übel. Wir brauchen noch ein paar Effekte. Wie ich schon gesagt habe, ich mache es am liebsten so, über Insertion Effects. Ihr könnt natürlich die System-Effekte nutzen, aber jeder hat es halt auf seine Art und Weise. Hier können wir jetzt sagen, in welchem Teil, also in welchem Part, dieser Effekt wirken soll. Wollen wir aber nicht. Wir wollen einfach einen Master-Out-Effekt nutzen. So, Master-Out, ausgewählt, Effekt Nummer, nehmen wir meinen Alien-Waar. Ich liebe diesen Sound. Zweiter Effekt, Master-Out, Reverb. Reverb. Tja, und ihr hört es? Das war es schon. Das war es schon. So schnell haben wir uns mit dem Synthet-Zap-FX einen Sound gebaut, den ihr garantiert so noch in keinem anderen Song gehört habt. Also, viel Spaß beim Rumexperimentieren. Denkt dran, Daumen hoch klicken, mich abonnieren, wenn ihr es noch nicht getan habt und wir sehen uns. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.